Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 26. September 2017. Ihr hört euch an, die Geek Talk Daily 0211. Ja, einmal mit Profis, oder wie sagt man so schön? Natürlich musste der Pogipsi kurz vor dem Einspielen des Podcasts das neue High Sierra Update einspielen. Logischerweise macht er immer ein Backup vorher. Der habe ich zum Glück nicht gebraucht, denn das Update hat funktioniert. Und im Gegensatz zu iOS 11 läuft bei mir High Sierra hier drauf schön flüssig. Ich hoffe, das bleibt so. Und zumindest die Apps, die ich hier auf dem Podcast-Rechner brauche oder Programme wie, wie heißt das Teil nochmals, Audacity etc., die laufen. Skype scheint im Hintergrund auch zu tun, also somit könnten wir die nächste TikTok-Folge am Mittwoch sicherlich aufnehmen. In diesem Sinne gehen wir doch gleich mal weiter. Bisschen längerer Einstieg. Ich habe heute einige Themen mitgebracht. Huawei MateBook X, Swisscom elektronisches Patientendossier, Medikamente per Drohne, Android Update, Go Keyboard, High Sierra Apps, YouTube 4K und iFixit. Und dann gehen wir doch schnell durch die ganzen Themen durch. Endlich mal hat es das MateBook X, das durfte ich ja schon vor zwei, ist schon drei Jahre her, bei Huawei damals an einem der Events begutachten, auch in die Schweiz geschafft. Das neueste kleine portable, was gesagt MacBook, Ultrabook gibt es jetzt für circa 1800 Schweizer Franken oder ab 1800 Schweizer Franken mit einem 13,3 Zoll Bildschirm zu kaufen. Ein schnickes Teil, vor allem die Power Station, also das Ladeadapterteilchen, finde ich cool mit dem eingewickelten Stift, was da noch alles drin ist, richtig schön verbaut. Das Teil müsste ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Mal schauen, ob Huawei wieder mal mit mir möchte. Dann gehen wir über zum nächsten Thema. Die Swisscom, wie gesagt, testet aktuell mit einigen Partnern das elektronische Patientendossier. Das wurde auch Zeit und ich bin gespannt und sehr, sehr neugierig, wie das Ganze ankommt und noch mehr, ob es funktioniert und dann auch ausgerollt wird auf die ganze Schweiz. Das wäre auf jeden Fall keine doofe Geschichte. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Mit meinen, ja, jetzt mittlerweile über zehn Jahren Obwohlgeschichte und allem drum und dran. Aber ja, nächstes Thema war die Drohne, die Medikamente bringt. Ich bin nicht sicher, ob wir das schon mal im grossen Newskanal hatten und oder ich schon mal in einer kleinen Folge hier in den Daily-Geschichten. Die Drohne, die in Lugano, also besser gesagt, die schon mit der Schweizer Post getestet wurde, startet jetzt eben mit Medikamentenflug in Lugano. Das ist im Süden von der Schweiz, im italienisch sprechenden Teil der Schweiz. Ab nächstem Jahr wird das Ganze sogar kommerziell in Betrieb genommen. Empfang genommen werden kann es mit dem entsprechenden QR-Code. Sprich, derjenige, der das auslösen möchte, muss natürlich den QR-Code haben und dann kann er das Päckchen entgegennehmen. Ich freue mich schon, wenn mein erstes Paket dann mal mit dem kommt. Aber ich glaube, das dauert noch das eine oder andere Jährchen, Monatchen oder was auch immer. Na dann. Google hat ein Android Oreo, also in diesem 8.0, eigentlich ein cooles Feature eingebaut. Es gibt nämlich in den Einstellungen von Android so einen Bereich, wo man Updates checken kann. Also quasi der Check-for-Update-Knopf, wie das der liebe Google-Mitarbeiter genannt hat. Ja, da drückt man eigentlich drauf, um zu sehen, ob ein Update da ist. Automatisch kann man es einstellen, dass das Ganze auch automatisch gecheckt wird. Das funktioniert nur nicht bei Google so. So, lustigerweise ist das jetzt ab 8.0 so, dass wenn man manuell drauf drückt, dass mehr projiziert wird, als wenn automatisch angefragt wird. Man könnte ja einfach auch das Update liefern, wäre viel vernünftiger als solche Dinge. Ich sehe jetzt schon ganz viele Leute, die regelmäßig diesen Knopf drücken. Tue ich auch schon immer wieder, wenn ich weiß, dass eigentlich für ein Device, was ich habe, ein Update kommt. Das Traurige ist wieder mal, das Ganze funktioniert natürlich nur da, wo es direkt Google-Anbindung gibt. Und das ist aktuell und leider immer noch so halt bei den Pixel-Geräten und ein paar einzelnen anderen direkt angebundenen Geräten. Hoffen wir doch, dass da dann auch der eine oder andere Hersteller mit aufspringt. Wir bleiben gleich bei Android. Da gibt es wieder mal eine App, die eigentlich sehr praktisch ist. Go Keyboard nennt sich das Ganze. Doch die tut nicht ganz so, was sie soll. Also sie macht schon das, was sie soll, aber im Hintergrund sammelt sie eure Daten. Also so Login, Code, Passwörter, Daten, die ihr reingebt. Also ja, richtig unschön. Deshalb, wenn ihr so ein Teil nutzt, deinstalliert die App und wechselt Passwörter etc. von all dem, die ihr über diese App eingegeben habt. Oder über die Möglichkeit der App, also über das Keyboard. Jetzt ist es gegangen. Gehen wir eins weiter. Ich habe ja zu Beginn gesagt, Hi Sierra. Das hat heute Abend gestartet. Man konnte es installieren. Ich habe heute schon getwittert. Man soll vorher ein Backup machen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht ein Backup. Und vor allem geht in die daily.geektalk.ch In die Shownotes von der 0211, also der heutigen Sendung. Denn da habe ich einen Beitrag verlinkt, der euch zeigt, welche Apps noch nicht ganz so sauber, zumindest laut Hersteller oder Entwickler, mit Hi Sierra funktionieren. Das sind Dinge darunter von Adobe. Das sind aber Photoshop in einer älteren Version. Das sind Civilization 5, ist damit bei iDisplay. Das sind schon ein paar Namen, die man kennt. Pages 09, also ältere. Was mir aufgefallen ist, voran ältere Software. Aber es hat auch das eine oder andere neuere Ulysses. Mein Gott, ich hätte es besser nicht ausgesprochen. In der Version 3 etc. Schaut doch mal rein, bevor ihr Updates fahrt. Und eben, macht ein Backup, bitteschön. Dann gehen wir weiter mit der Apple TV. Die kann ja seit neuestem 4K. Und jetzt hat sich sicherlich der eine oder andere gefreut. Yippie, jetzt kann ich meine ganzen YouTube 4K Content Video gedöhnt auf der Apple TV anschauen. Dem ist leider nicht so. Denn wenn man, ja, es ist das gleiche wie immer. Und wenn es um Video geht und um vielfach auch Töne. Der Codec spielt die Musik. In diesem Fall nicht die Musik, sondern das Bild. Denn Google verwendet hierzu den VP9. Selbstentwickelt und öffentlich freigegeben von Google. Apple setzt auf den Standard H.264 sowie den H.265. Und ja, die beiden sind natürlich nicht untereinander kompatibel. Heisst auch, dass Apple das Ganze nicht im Safari-Browser integriert. Also die Google-Version, das VP9. Ihr könnt nicht mal darüber das Ganze anschauen. Jetzt hoffentlich wird es so sein, dass der eine oder andere, Zweitentwickler, Drittentwickler besser gesagt, auf den Zug aufspringt und euch eine YouTube-App aufs Apple TV bringt, die auch 4K kann. Wer weiss, wer weiss. Netflix und Amazon Prime, die haben ja auch an ihren Apps rumgeschraubt, dass das funktioniert. Vielleicht schraubt ihr auch Google darum. iFixit, und das ist das letzte Thema für heute, nehmt ja regelmässig die neuesten Geräte auseinander und vergibt ihnen Punkte von 0 bis 10. 0 logischerweise schlecht, 10 relativ sehr gut, oder besser, was heisst relativ, ist sehr gut. Das neue iPhone, man hätte denken können, dass es durch Wasser, also noch mehr Wasserdicht etc. und die Glasrückseite und dann noch das kontaktlose Laden etc. deutlich schlechter abschneidet. Aber dem ist zum Glück nicht so. 6 von 10 Punkten. Also ja, hatten auch schon iPhones weniger Punkte mit drin. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf Rückmeldungen und Kommentare. Wir hatten ja in den letzten 2-3 Wochen den einen oder anderen Kommentar auch direkt im Blog. Weiter so, liebe Hörer. Natürlich auch über Social Media und wo ihr uns sonst das Ganze, uns das mitteilen möchtet. Ich glaube, ich höre besser auf. Euer Pogipsi, euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis morgen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.